40. Geburtstag, das ist ja bei vielen Menschen ein extremer Einschnitt auch. Man wird noch mal ein ganzes Stück erwachsen. Liebe Julis, ich gratuliere euch ganz herzlich zum 40. Geburtstag und ich wünsche mir, dass ihr nie erwachsen werdet, dass ihr immer so jung, aktiv, manchmal auch anstrengend seid, aber immer so ein bisschen der Stachel im Fleisch der FDP. Alles, alles Gute für mindestens die nächsten 40 Jahre.